Also nehme ich heute mal eure Sicht ein als Zuschauer und quatsche einfach ein bisschen drüber. Warum stehst du da? Geh! Spiel! Hör auf zu quatschen und geh! Ja, da bringt auch reparieren nix, du Held. Die Klinge ist ab. Da kannst du reparieren, wie du willst. Ich glaube, ich habe überlegt, von wo ich gerade kam. Also manchmal bin ich wirklich so Käpt'n verwirrt halt. Da, da, da ist das, ja. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Lace of P. Es ist passiert. Ich habe gefehlt. Ich habe das Mikro nicht angemacht. Sprich, ich darf jetzt, ich glaube, PimaDom 30 Minuten nachsynchronisieren. Gut, mich hat es noch gut getroffen. Es war halt in dem 7-Stunden-Stream. PimaDom 7 Stunden. Ich glaube, es wäre weitaus schlimmer, wären es die kompletten 7 Stunden geworden. Es sind zum Glück bloß 30 Minuten geworden. Also nehme ich heute mal eure Sicht ein, als Zuschauer und quatsche einfach ein bisschen drüber. Und ich versuche es gar nicht, ich versuche gar nicht erst, es nachzusynchronisieren. Ähm, wortlautmäßig, was ich gesagt habe, das kriege ich nicht hin. Sprich, ich gucke es mir an, reagiere drauf. Mir zum Beispiel. Endlich. Da weiß ich noch, der hatte, glaube ich, eine Waffe verkauft. Eine Waffe und ein Amulett. Genau, da ist die Waffe. Die hat mir beim ersten Mal sehen sogar relativ gut gefallen, optisch auf jeden Fall. War halt gefühlt auch so ein großer Hammer. Aber im Endeffekt, naja, habe ich sie dann doch nicht wirklich benutzt, weil meine Waffe, die ich aktuell habe oder hatte, war halt einfach stark. Also dagegen kam nichts an. Die war einfach, oh, du bist ein großer Gegner. Ganz schnell zurück. Sehe ich genauso. Beste Entscheidung. Stimmt, das war doch jetzt ein Shortcut. Genau. Das war ein Shortcut und jetzt habe ich mir überlegt, ich könnte dieses Vieh einfach mal töten. In der Hoffnung, es gibt Quarz. Ich glaube aber, es gab kein Quarz. Und ich dächte auch, ich habe die beiden Jungs ziemlich gut. Ja, die habe ich ziemlich gut. Naja. Ist gar nicht das. Gut gemacht. Entschuldigung. Ist noch früher morgen. Ist schon fröscht im Hals. Und genau da hinten ist der Zweite. Ich glaube, den habe ich aber auch gemacht. Weil ich mir dachte, irgendeiner von den beiden muss doch einen Quarz fallen lassen. Weil die wirken halt nicht wie Standardgegner. Sie sind halt schon groß bullig. Und sie haben für mich eher gewirkt wie so. Indie-Bosse auch nicht. Aber es ist eine Stufe über normalen Mops. Liediggegner. Irgendwie so. Der war scheinbar nicht ganz so einfach. Die schweren Hits mit der Waffe, die waren halt echt super. Beziehungsweise aktuell ja auch. Aber da würde ich jetzt zu weit von rausgreifen. Auf jeden Fall, was ich sagen kann. Die Waffe wird sich ändern. Die Waffe wird sich definitiv ändern. Aber zum Besseren. 100% safe. Also die nächste Waffe, die ich baue, das wird die Waffe, mit der ich das komplett gut ausspielen werde. Höchstwahrscheinlich. Ja, hier habe ich natürlich gezählt. Ich habe es einfach nicht hinbekommen, mir zu merken, dass die Typen explodieren. Es ist, ja. Es ist schon respektabel. Ich habe es einfach nicht kennengekriegt. Ach ja. Die kleinen, die kleinen. Sind sie jetzt einfach Zombies? Meine Sekte sind ja Zombies höchstwahrscheinlich. Die mich easy, easy kills. Und ich muss selbst überlegen, weil das ist halt... Das Gebiet blieb mir nicht wirklich in Erinnerung. Ich weiß noch, das war ein ziemliches Wurrwur. Aber das ist jetzt auch schon wieder so ein kleines bisschen her. Also heute ist Dienstag. Sonntag habe ich gestreamt 7 Stunden. Am Montag früh habe ich mich noch mal hingesetzt und angefangen, das zu schnibbeln. Und habe dann gemerkt, okay, ich muss nachsynchronisieren. Und das mache ich dann jetzt, weil ich gerade noch aktuell Ruhe habe. Und noch alle schlafen. Also gerade aktuell bin ich noch alleine. Ist das ganz gut. Und ja, die Arkaden... Nicht mein Lieblingsgebiet. Jetzt kaufe ich mir, glaube ich, die Waffe. Genau. Amulett kann ich nicht. Ich hoffe, ich habe das Amulett gekauft. Ansonsten weiß ich definitiv, wenn ich das nächste Mal aufnehme, wo ich nochmal hingehen muss. Und was ich mir noch kaufen muss. Und was mich interessiert an der Waffe ist, es skaliert halt mit Fortschritt. Sie macht Elektronschaden. Habe ich ja ganz am Anfang mit... Ja, sie ist halt mega langsam, aber man kann den Griff hier ändern. Und der Griff bestimmt hier die Angriffsanimation und die Angriffsgeschwindigkeit. Habe ich kurz überlegt. Aber am Ende war ich relativ zufrieden mit meinem... Mit meinem Technik-Scaling. Und mit meiner Waffe, dass ich das dann über Bord geworfen habe. Aber ich glaube, wenn man sich da wirklich spezialisiert auf Fortschritt, ist die Waffe bestimmt nicht schlecht. Vielleicht ein schnellerer Griff, dass die Angriffe schneller kommen. Und dann werde ich bestimmt auch ganz gut. Ich diesen Elektro-Knübel von Anfang immer noch relativ OP finde. Also der hat ja wirklich alles wegrasiert. Wo sind wir? Sind wir jetzt im Keller? Ja. Ja, an die kann ich mich noch erinnern. Die waren... Ah. Little Trash-Mod. Nichts Großes. Nichts. Okay, da habe ich mich, glaube ich, kurz... Erschreckt? Ne, erschreckt nicht, aber ich war kurz. Wo wird's? Und jetzt rede ich irgendwas. Also rede ich jetzt auch irgendwas, weil... Er redet und ich rede jetzt auch und ich habe überhaupt keine Ahnung, was er redet, weil er guckt sich jetzt gerade bloß ein Tor an. Und hat einen Trash-Mob getötet. Warum stehst du da? Geh! Spiel! Hör auf zu quatschen und geh! Er redet einfach weiter. Ja, beweg dich. Ja. Du darfst... Dich... Du kannst auch während des Laufens reden. Ja, Kollege? Also... Was mache ich da? Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Jetzt bin ich... Warum? Okay, ich glaube, ich erkläre euch einfach irgendwas. Ah? Er redet einfach weiter. Was soll ich denn jetzt... Ja, ähm... Da vorne ist ein Tor. Umbringt von schwarzem Material. Und... Es ist... Ja... Nebel. Neblig. Der Nebel sieht aus wie... Könnte verfallen... Ja, könnte verfallen. Und die Tür ist natürlich zu. Aber ich habe mich bewegt. Das ist schon mal gut. Wehe, du bleibst jetzt nochmal stehen. Gut. Gut, gut. Ähm... Die Tür geht auch nicht auf. Lass ich mal kurz gucken. In meinem Programm. Ob ich... Wie viel ich noch... Oh, ja, das... Wir haben noch einiges vor uns, okay. Ähm... Ach, da vorne. Genau. Die waren ein bisschen... Ne. 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 Das ist... Eigentlich nichts Bewegendes, weil... Mit einer schweren Kombo... Da unten. Also... Entweder meine Waffe ist so OP... Zu einem Zeitpunkt. Weil ich habe fast alles... Easy platt gemacht. Und da vorne, vor der Stelle hatte ich Respekt. Weil ich noch nicht wusste... Dass man... Was machen kann. Damit dieser Nebel weggeht. Das habe ich erst noch mitbekommen. Es ist wieder diese... Diese Ninja Zombies. Die könnten... Die könnten einfach aus Naruto sein. Ja, auch mal nach hinten. Los sprinten. Ich sehe bloß noch, dass die irgendwelche Jutsus benutzen. Genau. Und diesen Weg wollen wir definitiv nicht gehen jetzt. Hier rechts. Das ist ein ganz böser Weg. Das ist ein ganz kleiner Spoiler. Es ist ein ganz, ganz böser Weg. Und... Ich glaube, ich habe das dann... Auch noch gemerkt, dass der Weg mich dann doch weiterführt, als ich das erst mal möchte. Und bin nochmal zurückgegangen. Hoffentlich war das jetzt kein... Black In-Game. Wäre bloß immer eine Aufnahme hier. Wäre blöd. Äh... Genau. Ja, hier unten kann ich mich noch... Gut dran erinnern. Genau, dann sind noch ein paar Zombies gefangen. Und jetzt... Habe ich mich dazu entschieden, doch nochmal umzudrehen. Was ganz gut war. Zumal ich... Das Wichtige da unten noch nicht mal gesehen habe. Also wichtig in Anführungszeichen. Es ist natürlich ein Gegner. Aber selbst den habe ich noch nicht... Und jetzt habe ich gemerkt... Der Nöbel geht hier weg. Äh... Fand ich ganz gut. Also... Nicht... Elektroplitzkanister, das... Also der Loot ist irgendwie... Weiß nicht. Das ist... Naja. Hier ging es, glaube ich, zu einem Shortcut. Genau, hier ist eine Tür. Und... Ich glaube, ich setze mich jetzt nochmal kurz an den Checkpoint... Für die Heilung. Das ist wie so ein Gedächtnistraining gerade für mich. Ich sehe das... Und versuche mich in seine Situation zu versetzen. Zu versetzen. Und scheinbar habe ich gerade gefehlt, denn... Ich setze mich nicht an den Checkpoint und... Tue nicht meine Heilung aufladen. Okay. Und da habe ich gerade gemerkt, die Dinger respawn. Habe ich mir nerviger vorgestellt, als es ist. Ist im Endeffekt gar nicht so nervig, weil... Durch das Respawn der... Der... Wie soll ich es denn nennen? Dieser... Auswüchse. Die den Nebel verursachen. Habe ich jetzt nie Probleme. Also ich... Mich hat es im Kampf meistens eigentlich nicht erwischt. Bin ich dran gestorben. Es gab eine... Stelle. Da war es ein kleines bisschen tricky. Aber jetzt auch nicht sonderlich schwer. Ich glaube, da hätte man mehr draus machen können. So ein wirklich ganzes... Längeres Gebiet vielleicht. Was man... Einigen... Nee, diese... Mechanik sollte schon da bleiben, dass die respawnen. Aber so ein größeres Gebiet damit. Dass man ein bisschen diesen Druck hat. Okay. Du gehst jetzt los. Aber du weißt ganz genau hinter dir. Und die respawn. Also du kannst bloß geradeaus gehen. Aber ab einem gewissen Punkt, wenn du rückwärts gehst, musst du entweder so viele Gegenstände benutzen. Oder du bist einfach drauf. Habe ich gefehlt? Meine Waffe ist fast kaputt. Ich habe es einfach nicht gemerkt. Obwohl es knallrot leuchtet. Und... Blöd. Ganz blöd. Ja, da bringt auch Reparieren nichts, du Held. Die Klinge ist ab. Da kannst du reparieren, wie du willst. Als sei denn... Ich hätte irgendwie eine mobile Werkstatt. Wo ich erstmal... Neue Klinge raus, oder? Nein, du gehst nicht da unten lang. Ja, so ist fein. Ja. Was machst du jetzt? Das ist noch besser. Sehr schön. So, wir sind jetzt bei 16 Minuten. Wir haben noch... Wir haben noch... Wir haben noch... Fast 20 Minuten. Mehr als genug Zeit. Ähm... Können wir mal kurz über das Thema Lies of P quatschen. Ähm... Lies of P ist irgendwie doch mehr, als ich erwartet hätte. Ähm... Genau, das habe ich auch in irgendeiner Folge gesagt. Ich habe... Ich esse es. Wie dieser Typ immer gegen diese Wände schlägt. Es... Es... Es triggert mich. Es macht mich... Liedlich fertig. Es geht einfach nicht. Ähm... Genau, Lies of P. Es ist irgendwie mehr, als ich gedacht habe. Habe ich in der Folge auch schon mal erwähnt. Ich bin mir gerade bloß nicht sicher, ob die danach kommt oder jetzt davor. Deswegen, wenn es doppelt ist, es tut mir leid. Aber... Ja... Ich kann nicht mit mir quatschen. Irgendwie... Was... Was Kleineres erwartet. Glaub ich. Man stellt sich ja immer... Okay, Spiel wird released. Man sieht die Trailer. Und dann stellt man sich ja immer so vor, wie könnte das Spiel ungefähr sein. Ich habe irgendwie... Was Kleineres erwartet. Und nicht so... Es ist nur relativ groß, finde ich. Also ist jetzt nicht die Größe von dem Elden Ring. Das zu toppen ist natürlich... Gut, Elden Ring. Wenn man jetzt wirklich noch die Main-Busse macht und es drauf hat, geht das nicht. Ist auch fix, aber... Normalo, Elden Ring-Spieler braucht er doch länger. Und Lays of P braucht auch erstaunlich lange, finde ich. Also... Ich habe gedacht, okay... Kleines geschmeidiges Spiel. Das hast du vielleicht so in... Keine Ahnung. Jeden 15 Folgen durch. Uh, Brüsselkuchen. Oder... Das geht jetzt bestimmt... 30 Folgen. Aber ist gut. Weil... Ich erkläre es immer wieder. Selbst wenn mich das Spiel so zum Ragen bringt... Innerlich... Äußerlich lasse ich das nicht so sehr raus. Und mich einfach noch fertig macht. Ist gut. Weil... Das ist ein Souls-like. Es will... Das sein. Und es will genau diese Emotionen hervorrufen. Es will einfach... Schwer sein. Ähm... Einziger Kritikpunkt... Wie gesagt... Das... Staggern der Gegner. Meiner Meinung nach... Die Gegner sind viel zu unbeeindruckt davon... Dass sie angegriffen werden. Gerade... Kleinere Gegner... Gefühlt... Zieht da nichts. Das ist so ein großer... Großer Hoshi... Wie vorhin... Und der da dritt zum Beispiel... Da da vorne... Das da nicht so sehr beeindruckt ist von meinem Schlag. Da gehe ich mit. Das ist ein bisschen mehr... Aber sich klein... In diesem Opernhaus... Das beste Beispiel... Diese kleinen Bubchen... In diesen orangenen Fäden... Die haben einfach auf mich eingeprügelt. Oder in irgendeiner Straße... Da war auch sowas... Das kommt doch noch nach Folge... Die waren einfach auf mich eingeprügelt... Und waren total unbeeindruckt. Und das... Finde ich ein bisschen... Neh... Vielleicht noch ein bisschen feindustieren... Weil... Ich weiß nicht... Ich meine... Ich meine... Ich brauche jetzt... Also nicht will ich mit Realismus kommen... Aber... Ist die Gegner wohl drauf reagieren gefühlt? Schwierig... Zumindest die kleinen sollten mehr drauf reagieren... Bei den großen ist das alles fein... Da gehe ich mit... Und der Bosse sowieso... Also kleine Trash-Mobs... Die sollen nicht die Elite darstellen... Die sollen einfach Trash sein... Die sollen auch beeindruckt sein... Ich meine... Ich habe da eine riesen... Ähm... Jetzt fehlt mir das Wort... Äh... Baumfeller-Axt hier... Na... Die man so zu zweit benutzen kann... Ähm... Als Waffe... Gewicht... Die ist groß... Die hat Wucht... Da muss der Gegner drauf reagieren... Was? Klinge eines Ehrenschuers... Ja... Den habe ich mir glaube ich angeguckt... Der... Der... Der war nix... Aber ansonsten... Nice OP... Super... Also ich hätte nicht so ein gutes Spiel erwartet... Ganz ehrlich... Irgendwie so lang... Und... Ja... Also Stand jetzt... Ähm... Wird hier aktuell... Wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe... Ähm... Was ich gestern gelesen habe... Wird wohl höchstwahrscheinlich an einem DLC gearbeitet... Beziehungsweise ist glaube ich gerade... Ach... Das ist jetzt... Das ist jetzt nicht 100%... Auf jeden Fall ist irgendwas DLC mäßiges... Im Gespräch... Ähm... Ich glaube eine Stellenausschreibung... Dafür draußen... Oder sie arbeiten schon an einem DLC... Oder beides... Auf jeden Fall wird bestimmt irgendwas kommen... Weil... Es war auch relativ erfolgreich durch den Game Pass... Wenn ich es noch richtig im Kopf habe... Würde mich wundern... Wenn da nichts zukommt... Beziehungsweise vielleicht sogar Nachfolger... Also... Werde ich definitiv raus... Ähm... Reingucken... Was auf jeden Fall... Eigentlich habe ich ja... Sonntag diesen Stream gemacht... Diese 7 Stunden... Um das Spiel durchzuspielen... Eigentlich war mein Plan... Okay... Ich habe Sonntag frei... Ähm... Ich habe auch Sturm frei... Es setzt sich jetzt da hin den Tag... Und zockst es durch... Jetzt kann es ja knicken... Nix mit durchzocken... Es ist... Es spielt einfach nicht auf... Ich habe da mal geguckt... Wie weit ich so ungefähr mit den Kapiteln bin... Wie viel es denn gibt... Ähm... Es kommt noch einiges... Also für euch, die das jetzt hier sehen... Es kommt noch einiges... Für mich persönlich... Ich werde bestimmt auch nochmal aufnehmen müssen... Definitiv... Und das ist der Gegner... Ich habe ihn gehasst... Schlag, schlag, schlag... Schlag, 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 schlag... Der Typ macht keine Pausen... Ähm... Genau... Ich werde noch aufnehmen müssen... Auf jeden Fall... Mindestens einmal... Vielleicht schaffe ich es in einer Aufnahme... Vielleicht werden es auch zwei... Je nachdem wie die Bosse mitmachen... Ähm... Dann müsste ich eigentlich fertig sein... Der Typ, der ist... Nicht... Er ist furchtbar... Und... Ja, die Bosse sind eigentlich... Oh, ob er bei dem Bosse sind... Die Bosse sind eigentlich auch relativ... Gut... Bis jetzt... Zumal ich die Funktion mag mit den Gespenstern... Weil die erste Phase von jedem Boss ist irgendwie so... Die ist... Ja... Kann man machen... Muss man nicht... Und die Gespenster helfen meistens eigentlich... Diese erste Phase komplett zu skippen... Also die erste Phase wird komplett trivial... Durch die Gespenster... Dass die Bosse dann meistens in der zweiten Phase sind... Klar... Erkläre... Wir brechen... Nachdem ich dann... Bevor... Nachdem ich dann durchgestorben bin mit... Spiel... Ähm... In der zweiten Phase sterben die Gespenster meistens übelst schnell... Ich glaube man könnte noch diesen Wunderwürfel benutzen... Irgendwie... Da gibt es ja Steine für... Für die Gespenster... Habe ich bis jetzt nicht gemacht... Weil... Nee... Aber in der zweiten Phase sind die Gespenster meistens... Nicht sehr hilfreich... Aber ich finde es trotzdem ganz gut... Dass sie die erste Phase so ein bisschen... Beschleunigen... Dass man zu der finalen Phase kommt... Wo der Bosskampf halt... Richtig losgeht... War doch ein bisschen Zeit... Finde ich ganz nett... Und vereinfacht die Sache nicht zu sehr... Ähm... Genau... Jetzt kämpfe ich gleich nochmal gegen das Vier... Und ich glaube das müsste... Ich bin mir sicher... Ich glaube ich sterbe nochmal... Aber auf jeden Fall steht noch an... Deswegen habe ich die sieben Stunden gesprimt... Und wollte es eigentlich durchziehen... Am Freitag... Dächtig... Oh... Jetzt kommt ein gefährliches Halbwissen... Ja... Am Freitag den 13. Perfektes Datum... Ähm... Kommt... Das Lords of the Fallen... Ist das ein Remake? Nee... Neue Interpretation glaube ich... Fortsetzung? Was war es denn? Ich glaube es spielt nach dem ersten Teil... Also ein paar Jahrtausende... Später... Ähm... Ja... Ein neues Lords of the Fallen... Das steht definitiv an... Habe ich Bock drauf... Ist ein Souls-like... Ich weiß es ist gerade ziemlich Souls-like... Mäßig bei mir auf dem Kanal... Wird sich aber noch ändern... Definitiv... Ähm... Ich habe noch ein bisschen was... Im Kopf... Was ich... Gerne... Spielen möchte... Bzw... Könnt ihr einfach... Rohrschläge auch bringen... Was ihr gerne sehen würdet... Ich guck da mal... Okay... Hätte ich jetzt Bock drauf... Auf das da vielleicht weniger... Das ist auch so... Sportspiele und... Kompetitive Schroeder... Bin ich dabei... Außer... Außer... Jetzt kommt noch sowas wie... Hello Kitty... Online... Oder irgendwie so... Nein... Denn das gibt es auch nicht... Bin ich zu... Nein... Einfach nur... Nein... Ähm... Was sind wir denn gerade... Stimmt... Da sind wir doch bei diesem... Und da hat einfach mal die ganzen Zombies... Schlafen gelegt... Nennen wir es so... Schaff ich es doch beim zweiten Mal... Oh... Ich glaube da kann mir... Ging da... Da ging mir gerade die Pumpe... Aber definitiv... So einfach... Boah... Gut... Nehmen wir... Ah... Das fällt mir noch ein... Stimmt... Da habe ich gesagt... Also wenn ihr irgendwas krummeln hört... Oder schnarchen... Das ist mein Hund... Der liegt nämlich so... Also von mir gesehen rechts... Rechts unten... Auf dem Boden im Kürbschen... Ich glaube das war dort... Und... Naja... Im Endeffekt habt ihr zix gehört... Weil... Ich muss es ja nachsynchronisieren... Ja... Ich... Stehe da... Und warte... Eine Treppe... Ja... Eine Wand... Ja... Wie ging es denn jetzt weiter... Gann es denn in den Arkaden noch... Ja... Natürlich gab es hier noch einen... Ich muss gerade überlegen... Was in den Arkaden noch so alles kam... Aber allzu lang ist es nicht mehr... Ich glaube... Nee... Auf jeden Fall ein Shortcut... Ist ganz nett... Ähm... Und ich glaube ich tun wir uns jetzt erstmal heilen... Was hier auch das... Warum heilst du dich nicht... Oh... Ich kaufe das Amulett... Gut... Ich nehme es zurück... Für die nächste Aufnahme... Ich muss nicht nochmal hin... Was jetzt nicht schlimm ist... Das ist ganz nett... Ich heil mir was schon nicht... Ich heil mir was schon nicht... Ich heil mir was schon nicht... Also manchmal bin ich wirklich so... Captain verwirrt halt... Da da da... Das ist... Ja... Ja... Einfach... Motiviert... Und mit Kaffee intus... Einfach losrennen... Das... Ja... Na... Große Tür... Sag ich doch... Sag ich doch richtig... Hier kommt kein Boss... Aber... Es kommt... Nicht ein Boss... Richtig... Nicht mal offenes Gebiet... Also was ich wirklich sehr vermisst habe in dem Spiel jetzt... Im Nachhinein... Sind so offene Gebiete ein bisschen... Ich finde man verbringt... Viel Zeit in Höhlen und so... Gefühlt... Also... Am Ende kann es doch so sein... Dass es wirklich ausgeglichen ist... Aber mir persönlich kommt es so vor... Dass man viel mehr Zeit in Höhlen und Höhlen verbringt... Als... Irgendwie hier jetzt in offenen Arealen... Aber... Ich glaube offene Areale sind dann auch noch mal... Was anderes... Vom Aufwand her... Also zum Beispiel einen Keller zu machen... Ich... Ich denke... Würde jetzt... Ich kenne mich mit der Materie nicht aus... Aber ich würde jetzt mal... Schal... Sagen... So einen Keller Löffel zu erstellen... Ist einfacher als jetzt hier dieses große Areal zu machen... Richte ich mich bitte gerne... Wenn ich da falsch liege... Wie gesagt... Ich kenne mich da nicht aus... Jetzt bloß mein... Ein... Normalo... Denken... Von jemandem... Der sich in der Materie nicht auskennt... Aber... Ja... Osten Gebiete... Ein bisschen mehr vielleicht... Ein kleines bisschen... Ein Kollege... Da brauchst du gar nicht erst hingehen... Die Tür ist zu... Ein Kollege... Da brauchst du auch nicht hingehen... Die Tür ist zu... Ja... Ich bin ein Hälsiger... Berückt... Wobei mich diese Stelle ja auch ziemlich verwirrt hat... Und was war das denn hier? Irgendwas hat mich hier verwirrt... Genau... Ich musste doch zur großen... Großen Ausstellung... Genau... Da stand ich ja gerade so gesehen davor... Vor der großen Ausstellung... Oh... Ich kann mal nicht rein... Und jetzt... Gucke ich irgendwas... Gucke auf den Bildschirm, Kollege... Geh... Geh... Ja... Sehr gut... Und selbst wenn du jetzt geguckt hast... Dass das Mikro funktioniert... Scheinbar hat es nicht funktioniert... Geh... Jetzt... Geh doch... Ja... 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 Das ist halt so... Ja... Eine kleine Pinkelgröße gewesen... Und jetzt geht es weiter... Sehr schön... Ähm... Ja... 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 Wie das Ganze ist... Mit... Zum Beispiel so einem... So einem... Na... Mit so einem... Ähm... Wie hieß es denn nochmal? Mit so einem... Na... Degen... War es ein Degen? Zu spielen? Also mit sowas... Einhändigen... Einhändigen... Leichteren... Bestimmt auch eine andere Experience... Würde sagen... Schwere vielleicht... Gut... Wenn man... Das... Das... Parieren halt drauf hat... Dann... Ich glaube... Es ist egal mit was du spielst... Aber das Parieren komme ich in diesem Spiel... Einfach nicht rein... Ich krieg's nicht hin... Es will einfach nicht funktionieren... Dieses Parieren... Deswegen bin ich dann auch auf den Schild umgestiegen... Der zwar auch nicht 100% blockt... Aber... Der ist konsistent bei mir... Der... Er ist da... Er funktioniert... Und vor dem hatte ich ein bisschen Angst... Und wird sich auch noch zeigen warum... Aber dieses Parieren... Ich schaff's einfach nicht... Mal... Ich grad diesen Vergleich hatte... Weil... Ähm... Letztens das... Wulong DLC kam... Das zweite... Und da ist das einfach so... Butterweich... Dieses Parieren... Weil's da mit... Ausweichen... Knüpft ist... Also... Dieser... Konterangriff... Gegen... Diese Wutangriffe... Ist die Aufnahme... Lecky... Oh Gott... Genau... Dieser Konter gegen Wutangriffe... Ist... Gepaart mit... Ausweichen... Und es ist so schön... Ich hoffe die Aufnahme... Leckt nicht... Und das ist jetzt bloß mein Rechner... Oder es... Komm... Wär jetzt ganz blöd... Aber... Zumindest... Alle Aufnahmen nach dieser Aufnahme sind fein... Erstmal bis zu... Drei Stunden... Und weiter bin ich nicht gekommen gestern... Da ist alles safe... Und ich hoffe das hier ist jetzt auch safe... Aber ja... Dieses... Dieses Parieren... Es... Es will nicht... Ich kann... Ich kann machen was ich will... Ich schaff's nicht... Und... Jetzt war glaube ich der Plan... Ich fahr da... Wollte mich anschleichen... Aber ja... Das ist... Elite Gegner in Lies of Pete... Da kannst du dich nicht anschleichen... Die haben einen Akkuradius von... Das ist... Von... Keine Ahnung... Von Berlin nach Timbuktu... Die merken alles... Und er eskaliert ganz schön... Er war anstrengend... In... In der Tat... Er war wirklich anstrengend... Ja... 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 Mir grad kommt es sicher... Ob ich den auf Anhieb schaffe... Oh... Wir sind fast fertig... Noch... 3 4 Minuten... Oh... Entschuldigung... Das... Ich wollte jetzt... Boah... Ein bisschen eine Nase tun... Das ist alles... Oh... Kalt... Dann nutze ich die letzten Minuten noch... Um... 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 Ich bedanke mich für's Zusehen... Und... lasst doch gerne irgendwas in den kommentaren zurück auch gerne verbesserungsvorschläge kritik etc pp audio mäßig mikrofon mäßig weiß ich selbst ich habe es jetzt erst mal noch ein bisschen verbesserten vergleich zu vorher also wir machen wir machen ich mache progress wir haben jetzt webcam und das mikro ist die audio ist ein bisschen besser jetzt finde ich aber noch nicht perfekt so da dran wird noch gearbeitet bloß ich muss mich da noch rein fuchsen das ist echt gar nicht so einfach wie ich gedacht habe am anfang also muss da noch ein bisschen was gemacht werden aber ich finde es jetzt nicht arg schlimm ich fand es jetzt so wie es jetzt ist ganz gut so dass es auch wieder hochladen wollen also können was ich auch tat was ich auch tue das will was ihr versteht was ich meine genau kritik verbesserungsvorschläge könnt auch gerne spiel vorschläge da lassen also wirklich alles von der bank weg und ich guck's mir dann also von a wie keine ahnung das fällt mir auf a ein auf a ein ja animal crossing bis z zu spiel mit z ein moment geht moment geht los mit zelda natürlich bei nur zelda zwei bei die anderen teile fangen mit an zombie army zum beispiel also von a bis z lasst irgendwas da ich gucke mal durch ob ich auch irgendwas bock habe davon oder zukünftig mal schauen und ja war so ein kleines bisschen jetzt der zukunfts noch sieben also ihr habt noch ganz ganz viel von lies of p soviel soviel kann ich sagen also es kommt jetzt in diesem moment sind es bestimmt noch die folge ist jetzt ungefähr also noch sechseinhalb stunden stream dann dabei halbe stunde immer insgesamt ferns also auch sechseinhalb stunden vielleicht noch mal zwei stunden extra aufnehmen so achtenhalb stunden lies of p ist das nicht höhn ja es ist nicht höhn ich mag das spiel auch wenn ein paar kleine sachen stören aber ich finde es gut ein solides souls like und relativ gut dafür dass es nicht ja ich das nicht erwartet hätte dass es so gut ist noch ein bisschen short cuts oh gott da musste ich kurz gehen es ist noch früh ja da habe ich mich scheinbar gewundert wegen diesen schaubild puppen auf pappe aussteller wie auch immer und jetzt gucke ich und denke mir ja ich denke mir wir gehen zum hotel und hier würde ich mich jetzt verabschieden und ich bedanke mich fürs zusehen lasst doch gerne was in den kommentaren zurück verbessern vorschläge kritik etc spiele vorschläge von a bis z und wir sehen uns beim nächsten mal das müssen wir auch